Hallo ihr Lieben, hier zu Grondrosmo 7. Heute geht es mit dem Mercedes-AMG C63 S zur Hypercar-Parate nach Saint-de-Croix. Hier kurz die Einstellung, damit ihr wisst, was so abgeht. Und es werden drei Runden mit anschließendem Replay. Auspassen muss ich hier immer vor allem bei der ersten Kurve, da gehe ich ganz gerne zu schnell rein. Ich bin gerachtlos gegen die Mauer. Aber wir haben ja drei Runden Zeit, also kein Stress. Die Valkyrie. Wie so viele andere Renner und das auch noch. Und dann braucht man noch echt viel Kniete. Okay. Und dann möchte ich hier drinnen. Und dann können wir hier raus. Er steht jetzt noch. Und dann geht es gut darin. Und dann geht es wieder nach vorne. Aber das ist es gut. Und dann geht es weiter in die Mauer. Und dann geht es weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020